Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 12. Spieltag der 3. Fußball-Liga-Saison 2023-20 Predictions. 12. Spieltag, los geht's, alle Spiele live bei Magenta Sport. Heute um 19.00 Uhr, SV Waldhof Mannheim gegen Borussia Dortmund 2. Das Ganze geht 2 zu 0 aus für SC Waldhof Mannheim. Herzlichen Glückwunsch. Dann morgen um 14.00 Uhr, TSV 18.60 München und da liegt SC Freiburg 2 1 zu 2. Halle Schalpsee gewinnt gegen SSV Jahn Regensburg 3 zu 1. Der VfB Lübeck unterliegt SC Viktoria Köln 1 zu 2. Dann SG Dynamo Dresden verliert gegen SC Preuss Münster 3 zu 1. Er gewinnt gegen SC Preuss Münster 3 zu 1. SC Ingolstadt unterliegt den Spielvereinigung und da hängen 1 zu 2. Dann um 16.30 Uhr, MSV Duisburg und Amine Bielefeld trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Und übermorgen um 13.30 Uhr, SV Sandhausen unterliegt SC Verl 0 zu 2. Dann um 16.30 Uhr, Rot-Weiß Essen gegen 1.FC Saarbrücken. Und das Ganze geht 0 zu 1 aus für den 1.FC Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch. Und um 19.30 Uhr, FC Erzgebirge Auer gewinnt gegen SSV Ulm mit 2 zu 1. So, das war's vom 12. Spieltag mit den Predictions der dritten Fußball-Liga Saison 20, 23, 24. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt Gewinn. Das verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis denn, gut, kik, ciao. Bis denn, gut, kik, ciao.